Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,9 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Eldorado ist John Wayne und Robert Mitchum. Zwei Weltstars, eine spannende Story, die sich an Hoogs früheres Werk Rio Bravo anlehnt. Reichlich Action und vor allem der raubeinige Humor machen diesen Klassiker zum vergnüglichen Meisterwerk. Nach der leider sehr schwachen BD von Hattari kann sich jetzt Eldorado richtig sehen lassen. Die Bildqualität wurde sehr gut überarbeitet und ist jetzt mit seinen leuchtenden Farben und der tollen Bildschirm für der DVD überlegen. Leider gab es bei der deutschen Tonspur gegenüber der DVD keine Verbesserung. Ton, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch in Mono, Englisch in Dolby True HD Extras, außer einem Wendecover ist nichts vorhanden. Fazit, bis auf die deutsche Tonspur eine deutliche Verbesserung gegenüber der DVD. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.